Jetzt erst die Hesha weg. Die sind relativ einfach. Oh, ich bin sogar auf Hopes, äh auf Lightning, checke ich gerade erst. Come on, Hop, Vitra. Danke. Ups, das war die Komplettfe�cher. Come on, ich schaff das. Ich will jetzt nicht nochmal auf Pfeilung wechseln. Was? Damn, Five Star Gaming today, was los? Ich will doch nur das Item einsammeln. Ich kenne den Mob noch nicht. Doch kenne ich, aber es ist egal. Frame Pacing, please. Die Mods haben definitiv Probleme mit so, äh. Wenn ich halt zu viel von Verfrockssachen auf dem Screen hab, mögen die überhaupt nicht. Okay, gucken wir uns in dem Item-Ding hier drin ist. Getatronic, hä? Mh, 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 mh. So, ob wir jetzt hier irgendwo Items drum legen? Wieso bin ich in Combat? Von wem? Die da hinten sehen mich nicht. What? It's a joke, right? Ei, ei, ei. Weiß nicht wie die mich gesehen haben, aber anscheinend haben die mich gesehen. Okay. Ich müsste eigentlich den Bomber wegführen, aber lass mich den jetzt eben machen. Okay. Okay. Da hab ich jetzt hinten das Item einsammeln. Jupp. Streiterweif. What is this? What is this? Hups. Physisch-Angriffskraft plus. Hö? Ah? Mh, 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 mh. Mh, 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 mh. An sich wäre es ja klüger. Vielleicht noch ein Kraftband. Die Angriffskram fängt zu geben. Wenn du hast, das Ding ist okay. Die sitzen doch schön. Ist es vorbei? Sind sie... Sie sind gut. Dein Sohn ist ein schwerer Kind. Dein Sohn ist ein schwerer Kind. Dein Sohn ist ein schwerer Kind. Wer hat den Battalion? Sie werden das ganze Gebäude entfernen. Dad! Hope! Danke, Herr Schmerz. Sie sind schuldig? Nein. Es ist ein Problem. Wie geht es dir? Es ist noch ein Stück. Meine Zeit. Jetzt! Keine Ahnung! Ich zeige euch, wie ein Lecif aussieht! Ich! Ich bin Lecif! Überrascht? Ich bin Lecif! Ich bin Lecif und Blut, wie du! Ein ordentlicher Mitglied von Cocoon! Du wirst du das? Das ist unser Haus, unsere ganze Leben! Wie können wir sogar denken, um es zu zerstören? Wir wollen diesen Ort nur so viel wie du! Ist das auf unsere Seite? Ich sehe nicht, dass er schweig ist. Was ist das? Es ist ein Trick. Du musst bist du Schnee-Vinion. Oh, no! Jaag-Rosch. Saicom Division. Ich verstehe deine Schuld. Ich verstehe deine Schuld. Es ist so einfach. Es ist meine Verantwortung zu sehen, dass Sie sich verabschiedet haben. Ihr Leben sind fürfeiert. Oh, cut the crap! Sie wollen Lassi, dann töten Lassi! Warum müssen andere Menschen sterben? Der Verbeer muss aufhören! Du glaubst, wir wollen unsere eigenen Menschen purgen? Wenn kein Trache der Puls bleibt, der Populist wird in Chaos erupt. Without sacrifice, without the Purge, Cocoon will die! What? Oh, sorry! Oh, 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 oh! Get fired! I gave no order! Fuck! No! Oh, oh... Oh, oh, oh... Oh, oh, oh... Oh, oh... Oh, oh! Oh, oh... Oh, oh... Oh, oh, oh! Das kann nicht gut sein! We're leaving! Hope, tie up your dad. Wir haben Sie gegründet, und haben Sie geholfen, um uns zu helfen. Entschuldigung? Es muss etwas anderes sein... Doe was sie sagt! Ich kann nicht, dass Sie sich in das geholfen lassen können. Ich will hier bleiben. Aber es ist kein Ort für Alessi. Ich gehe mit den anderen. Wir werden irgendwann mal überleben. Ich versuche das. Dad... Ich liebe dich auf dich. Du bist nicht! Das ist nicht weg. Du hast eine Wahl. Du hast eine Wahl. Du solltest, und machen was muss. Du meinst... complete mein Fokus? Du hast keine Angst. Du hast eine Wahl. Du hast eine Wahl. Du hast eine Wahl. Danke, Vater. Du hast eine Wahl. Du hast eine Wahl. Ich habe das Gefühl buffen ist eine gute Idee. Wie kann es so enden? Ich habe eigentlich erwartet, dass das Ding dauerhaft... Warum bin ich wieder hier? So weird... Ich habe mir die TP... Oh, gemacht wäre halt richtig groß gewesen. Deine Geduld mit dem Game bewundere ich. Warum? Ich habe nicht das Gefühl, dass ich so viel Geduld hierfür aufbringen muss. Und das Spiel ist nicht schlecht, wenn du dazu kommst, das Spiel zu spielen. Aber an dem Punkt sind wir noch nicht. Wenn ich meine, dass das Kampfsystem jetzt echt nicht das größte ist, brauchen wir uns glaube ich nicht drüber streiten. Aber das ist halt mein Gott. Wie viel fehlt mir das gemacht? Fast 450. Wie viel kriege ich pro Kampf hier? Wenn ich das gemacht habe, bringt mir im nächsten Fall nichts. So... Ich bin auch nicht wirklich ein Fan von dem Kampfsystem, bin ich ganz ehrlich. Dude, what the fuck am I supposed to do? Bring it on! Das Ding ist, dass ihr seid schlichtweg RNG. Es kommt darauf an, wie schnell Hope der Meinung ist, endlich mal alle hoch zu buffen. Das ist basic wie alles worauf es hinausläuft. Weil die einmal alle Proteste haben, sieht der Fall schon ganz anders aus. Es gibt einen zweiten Teil von 13, es gibt auch einen dritten Teil. Ich habe vor, alle zu spielen, von daher. Gut, vielleicht muss ich echt einen Doppel-Heiler-Ding einrichten, weil das hier reicht nicht. Hope wird einfach zu Tode gestaggert. Hm... Also das ist echt das erste Mal, dass ich das Gefühl habe, holy shit, ich verpasse irgendwas. Ich verstehe auch nicht, warum Hope als Heiler vorne bei Feng rumgurpt. Kann mir das bei mir erklären? Guck mal, der steht da vorne mit Feng zusammen. Warum? Warum? Die Hope kommt halt nicht mit hinterher mit Heilung. Aber ich habe gerade keins, wo ich zwei Heiler dran habe. Sooo... Nee... Nee... Aber du kannst schon grinden. Wenn ich lange mit dem Kreis laufe, respawn in dem Ding vorher die Mobs wieder. Aber in der Theorie ist das Game angeblich so gestrickt, dass du nicht grinden musst. In der Praxis tritt mir der Fight ja gerade ziemlich in den Arsch. Ja, in den Lightning Hope kannst du ziemlich gut grinden, aber das ist halt was vor zwei Kapiteln. Es gibt halt keinen Grund zum Grinden. Ich meine, das ist halt absurd kinky. Das ist halt ein Problem. Ich meine, es gibt so ein paar Sachen, die halt ganz nice sind im Festarium. Aber die sollten jetzt nicht deinen kompletten Progress bestimmen. Ja, meine ersten Buffs fallen runter und jetzt habe ich das Problem, dass ich gleich sterben werde. Weil ich jetzt wieder hier drauf wechseln muss, um die Buffs wieder hochzuziehen. Du kannst doch nicht gescheit Schaden machen, weil du brauchst halt hier gefühlt einen konstanten Heiler dauerhaft. Jeden Armbanner FF ist einfach das erste Spiel wie zählen Level-Grind und dann hast du das ganze Game kein Problem mehr. Fun Fact, das stimmt so nicht. Wenn du das in Final Fantasy 8 machst, machst du dir das Game actually schwerer als es ist. Aber Final Fantasy 8 ist auch ein bisschen speziell, was das angeht. In 15 funktioniert das by the way auch nicht. Das ist halt der Vorteil, du kriegst halt erweiterte Crystalien. Das ist definitiv ein Punkt, wo Grinden halt ganz angenehm sein kann. Weil das heißt halt, hey guck mal, du kriegst ein neues Gebiet, neue Crystalien sind freigeschaltet worden und du kannst halt direkt dein Crystalien hochpushen. Es gibt halt bessere Stats und die besseren Stats bla bla bla. Es ist halt so ein bisschen Snowball-Effekt. Ich meine, ich bin der Meinung, der Fight ist machbar. Ich muss den halt nur irgendwie mal stackern, also so in 10 Stunden oder so. Und wenn er will, kann er mich einfach zu jeder Zeit töten. Er muss halt nur Hope stun. Es wäre nice, wenn... Wenn man Gemach auf ihm machen könnte, dann wäre es nicht ganz so nervig. Aber... Es funktioniert halt anscheinend nicht. Zumindest macht's das Fang gar nicht. So... Ich geh mal davon aus, dass das nicht funktioniert. Das ist einfach fucking impossible. Hope ist tot. Okay, Hope ist nicht tot. Ja, der Fight dauert halt einfach ja... Wait a second. Oh, ich bin noch dämlich. Ich dachte, das ist nur ein Mob. Aber nach einer Zeit kommt ja der Shit. Ich erinnere mich. Ich hab keine Heiltränke mehr, by the way. Let's problematic. Nope. Okay. Ich brauch... Ähm... Was brauch ich? Alles mögliche. Ich brauch... Verbrecher... Ah, das hier funktioniert. Grüne Front ist okay. Das hier wird überhaupt nicht funktionieren. Ich brauch literally das hier. Das Ding ist halt, ich hab nicht realisiert, dass der Haupteiner wieder da war. Ich vermute, das wird besser funktionieren. Verheerer plus Brecher gleich Verbrecher. Ja. Ganz genau. Äh... Mit 160 Punkten mach ich nicht viel, ne? Mit 160 Punkten mach ich nicht viel, ne? Das sind mehr TP, das hilft. Was hab ich hier nicht mitgenommen? Ach, Beben. Beben ist nicht so wichtig. Gemachgab bringt mir in dem Fight literally gar nichts, wenn ich drüber nachdenke. Wobei... Ja, ich hab nicht genug Kaffee dafür. Ich muss eh die hier fighten. Ich hab einfach nicht realisiert, dass da wieder mehrere Teile waren. Aber ich wollte schon sagen, das Problem ist halt einfach, dass ich nicht zum Zug kam, irgendwas zu tun. Weil ich war halt konstant, also entweder überhaupt gestunt oder ähnliches. Ich war halt nur gefühlt damit beschäftigt, meine Gruppe irgendwie am Leben zu halten. Das wundert mich aber auch, dass die ähm... Manipulator KI von Fang einfach mal Omega der Dirt ist und nicht gescheit angreift. Ich habe zu schiefen. Naja. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 I mean look at this shit, ich komme so gerade hinterher Außer ihr killt jetzt Lightning, total lustig Okay, that's good So Erstmal die scheiß linke Kanone, weil die ist super nervig Gott, ich wünschte ich könnte irgendwas gegen das Bombarden Und machen Aber ich musste erstmal die Kanone ausschalten, weil die sind die, die mich gerade die ganze Zeit staggern Okay, das haben, stop it So, jetzt gucken wir mal nach der rechten Kanone Ich mein gut, war ich halt im Depp und hab nicht gesehen, dass wir mehrere Teile angreifen werden, was passiert Ich muss erstmal nur meine Ehe auf dem Chat, guckt also aufs Spiel Okay, nice Frame Pacing, aber auch mal nicht 5 WFPS reicht mir den Moment Ich hab das Spiel schon mal gespielt, ja Voller, langer, langer, langer Zeit Jetzt spiele ich die halt alle nochmal, weil ich hab halt den dritten Teil nicht gespielt Ich hab das hier gespielt, ähm 13-2, aber ich hab nie den dritten Teil fertig gespielt Und wir hatten letztens eine Diskussion im Chat über schlechte Spiele und da ist halt Final Fantasy 13 gefallen Und da dachte ich mir, ja warum nicht, ich hab grad eh Lust auf so einen JRPG Also spiele ich jetzt die ganze Reihe nochmal Ja, meine Buffs fallen runter Ja, das ist halt unlucky Wenn Hope dauerhaft gestunt wird, kann ich nichts tun Die Chat ist immer schuld, please